Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 11, also die 11. Foto-Challenge. Mal gucken, was ich heute ziehe. Okay, Challenge heute, Tag 11 ist... So, Fokus. Hier hinten. Okay, und ich öffne. Störungen. 14? Störungen. Das ist meine 11. Challenge. Okay. Spannend. Störungen. Dazu muss man wieder sagen, dass an dem Tag ich viel um die Ohren hatte und ich nicht direkt auf eine Idee kam, was ich zum Thema Störungen fotografieren soll. Da habe ich echt lange drüber nachgedacht und viel drüber gegrübelt und ja, und dann kam ich zum Schluss, da ich mich an dem Tag mit dem lieben Yannick getroffen habe und wir zusammen FPV-Drohne fliegen wollten und ein bisschen da geguckt haben, ist mir dann während des Rumbastelns aufgefallen, dass das ja perfekt das Thema widerspiegelt und ich das fotografieren kann. Denn er hat eine neue Drohne sich geholt und es ging nichts. Also es ging, das eine ging, dann ging das andere nicht. Das hatte total viele Probleme gehabt und das war sozusagen eine Störung. Das heißt, ich habe da dann ein paar Fotos gemacht. Von der Drohne, von einem kaputten Akku und ja, somit ist das meine Interpretation von dem Thema Störungen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.